Sind die schwer oder? Nee, das ist es ja. Also doch, die sind ultra schwer. Auf Unfair. Auf Unfair, genau. Ach, auf Unfair spielen wir. Oh, sollen wir da mal hin? Markus, komm genau, komm mal gleich mit rechts runter. Da sind zwei, die Hungern. Wie lange dauert das noch, bis du da bist? 26 Sekunden. Alleine kann ich das nicht. Dann warte doch kurz. Oh, Kohle. Das gibt es nicht. Oh. Brauch es schon mal so ein bisschen an, nimm mal. Oh, fuck. Weg, weg. Alter, ne? Ey, da dachte ich gerade, ich hab einen, ne? Und in dem Moment, also der hatte gerade den Schuss geladen, wollte loslegen. In dem Moment kam diese Silence-Kacke und dann ging mein Schuss nicht los. Das hat vorhin bei mir nicht geklappt, wenn ich Leute da gesilenced habe. Ich denke, da ist so ein Spiel, das klingt so, als würde das noch vor lange dauern. Das kann sein, ne? Ja. Was? Eben haben wir eine Stunde gespielt. Hier haben wir Tim Steinmensch. In der Mitte. Ja, da bin ich gerade. Deiner. Er hat nicht mehr so viel. Komm mal auf. Ich hoffe, ich hole ihn sein. Ist er weggerannt. Kommt der nochmal wieder. Boah, wo er ist. Laden. Ach nee, das bist du da. Alle. Da oben. Irgendeinen gibt's auch noch, der nachts übel Stress macht. Also der richtig stark ist, wenn's Nacht ist. Dann hoff mal aufpassen. Ich weiß nicht, ob das einer von denen ist. Ja, hab ich ne gekriegt. Äh, ich. Hallo, ne, folgt mir. Hier, Mitte, Mitte, Mitte. Help, help, help. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was war denn das, ey? Irgendwann, ich. Wir waren gestankt, dann sprang der Steinmensch hoch und dann die alte noch da mit ihren Lana-DeRay-Händen auf uns. Ich war unsichtbar, aber ich konnte nicht weg. Und der andere ist einfach nur so da drin rumgelaufen, der so angehört. So. So. Ich hab das jetzt mal hier gezeigt. Ich hab hier drauf gedrückt. Und jetzt kommen diese beiden Teile. Und daraus verwandelt sich der Schuh. Fünf. Vier. Er freut sich, ey. Zwei. Eins. Oh, mein. Jetzt hab ich diese Schuhe. Und da ist es total gut, Agilität zu nehmen. Dann ist der Dicke hier nochmal ein Stück schneller. Mach jetzt schon von der Schleife. Dann lacht mein Sniper, als du das gerade gefragt hast. Ich komme. Die drei, ne? Geh in die Mitte. Oh nein, das Bicke ist silent. Ey, das ist so übel, ne? Oh, der Trump sieht ja gar nicht mehr hier. Ich hab mal diagonal gelaufen. Ich bin tot. Ist hier vorne und wo einer? Ein Gegner. Kommt er mal mit rechts rücken hin? Lass ich mal weghauen. Schön wegklatschen, die Alte. Wenn du da bist, komme ich mit runter. Ich sorg nur kurz dafür, dass hier links nichts mehr kommt, weil die brechen hier schon bis zum Lager durch. Die sind alle vier. Vier. Rechts unten. Ja, und sobald ich hier links hochgehe, sind sie wieder bei mir. Das springt die ganze Zeit, ne? Von links nach rechts. Jetzt ist unser Tormund noch im Arsch. Dann gehen wir mal durch die Mitte. Dann drück doch kurz. Achso, ihr habt schon drauf. Hab ich schon. Oh, du willst es mehr? Spotted. Ja, ne, ländst du mal lieber die hier unten wegmachen. Hier oben ist ja einer. Komm, Alunke. Alunke. Der ist ja gar nicht da. Hier, die commuten durch, ne? Ja. Bin da, hab grad nebenbei telefoniert. He, das waren heute alle. Hallo, die commuten durch. Ich komme. Ich habe fast mal eine ganz coole Folge gehabt und jetzt ist es wieder alles weg. Mann. Ja, jetzt kommen sie hoch. Nicht aggressiv werden, mag, was du dir kommst, bitte. Ja, das nervt einfach. Ja, ja. Dann ziehen sie sie hier durch, ey. Oh. Habt ihr es vollkommen? Ich habe die Kohle gehabt. Wieder weg. Schaden machst du auch nicht viel, ne? Oh, schon wieder der Steintyp. Oh, don't go off half cocked. Ich mache gerade so viel Kohle, wie ich die Sterben wieder verliere. Ja, also ich habe jetzt gerichtet, 1600. Gibt es irgendwo auf unserer Seite einen Secret Shop oder nur da, auf der rechten Seite? Wenn du einen Secret Shop riecht, dann wird es angezeigt bei dir, ja. So, lass mal diesen Typen hier wegmachen. Oh, fuck. Auf jeden Fall. Das ist doch beschiss. Oh, jetzt 47 Sekunden warten. Oh, den habe ich schon wieder nicht. Gehen wir mal alle hier durch. Ach, nee, unten, ne? Ja. Reicht, wenn einer unten geht. Jetzt bin ich auch mal auf dem Weg. Scheiße, der halben Sonne kostet ja 2,1. Fuck. Na los, komm. Junge. Alter, wir kriegen gut aufs Maul. Ja, dem haben wir auch schnell alle Türme bei uns weg. Letzten davor. Was war hinter mir. Was war hinter mir? Äh, die kommen ja mit. Die arbeiten echt gut zusammen, ne? Snape Hand. Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Mit dir redet auch keiner. Ich habe übrigens vor 10 Minuten war es schon fertig runtergeladen, nochmal so nebenbei. Dota oder was? Dann kannst du reinkommen in die Lobby und kannst zugucken, wie wir spielen. Hör auf, Quatsch, ehrlich. Ja, wo die Dier. Das will ich dir nochmal ausprobieren. Ja, wo ist sie denn? Wir haben nur den Draw Ranger. Das kann ja wohl nicht sein, dass die Schuhe hier weg ist. Alter, wie krass der ein Stunt und teleportiert und, ah. Ich komme nicht mehr, ich komme nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ey, die haben Teleportationsschuhe oder was? Kann man das irgendwo sehen, was die für Items haben? Ja, man muss draufklicken. Auf den Typen, habe ich gemacht. Ja, dann siehst du rechts unten da, wo deine Items eigentlich sind, seine Items. Äh, leider gerade nicht. Ja, bin ich blöd. Oder muss ich nur oben draufklicken? Oder wenn ich von ihm getötet wurde? Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Geht jetzt gleich? Oder später null Uhr? Oder ist das? Verstehst du, oder ist das, äh? 0 Uhr ist, äh, der nächste Tag. Also, wenn sie der zweite ist, dann... Also quasi erst am 8. Fast. Ja, 24... Also 23 über 9.50 ist halt... 9.50. Ja, und 0 Uhr ist dann halt der... ...ebende Tag, dann, ne? Deine mittelstuhr ist unter Attack. Ja, Your middle tower has fallen. 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 Your top tower has fallen. Your top tower is under attack. Yes. Auf wen denn? Ja, egal wen. Auf die Tussi. Ähm, Alex? Oh, die Schlampe. Kann ich jetzt bei eurem Weg mal zu gucken? Haben wir sie? Jawoll! Ich muss der OP Bank sein! Ja, rechts klick das zu schauen. Auf dem Profil. Na nämä! Na ich Lazzer, du bist hier richtig im Spiel.. Alter, was ist denn hier los? Auch da kommen wir ihr auf, was soll das. Von der hat sich der eurem Weg gehauen. Nee, du gehst ins Spiel in die Lobby und guck da hin zu. Kannst dir grad unseren Untergang angucken. Ja, wir kriegen grad so aus. Wir sind jetzt weg. Niemals. Boah, ich brauch aber noch 34 Sekunden, dass ich wieder da bin. Dire Wind. Ich beschimpf die jetzt. Die Verbündeten. Wie kann ich das denn umstellen? Alles. Verfickt. Ah, ist das beinlich. Ponne hat sie zum Spiel einladen. Nee, Ponne, so nicht. Du musst erst mal ins Spiel kommen. Ja, ich bin im Spiel. Wolltest du jetzt noch ne Runde machen? Alter, lass noch ne Runde machen, Mann. Das macht Spaß. Nee, geh nicht. Frag, ob wir noch rumkommen können. Klar, kannst du rumkommen. Dann zock du noch deine Runde da. Ja. Können wir nicht zu dritt gegen echte Leute spielen? Nee, die sind einfacher. Das können wir auch gerne machen. Und das alles seht ihr im nächsten Video. Also hauen sie rein und bis denne. Ja.